Moin moin meine Aktiven und herzlich willkommen zurück auf diesem Video. Ich bin der Silber Marzahn. Schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt. Sogar mein Sohn, der im Hintergrund etwas, naja, deutlich ist, sagen wir es mal so. Zum Thema. Heute werde ich nicht allzu viel über den Gold- und Silberpreis sprechen, denn der ist momentan selbsterklärend. Heute möchte ich ein bisschen ins Detail gehen bzw. ein paar Dinge klarstellen, was unsere, vorsichtig ausgedrückt, unsere Regierung betrifft. Es wird ja immer ganz gern behauptet, wir steuern in den sogenannten Sozialismus zu. Das wiederum eröffnet Möglichkeiten eines Goldverbots. Ich drücke es mal so aus. Jetzt möchte ich aber diesbezüglich auch mal vom Grunde genommen her ein paar Dinge aufzeigen, was den Staat und sogenannte Goldverbote und Edelmetallverbote betrifft. Das ist mir wichtig, denn da herrscht wohl ein bisschen Irrglaube, weil wohl anscheinend der Glaube herrscht und mit diesem Glauben möchte ich, mit diesem Mythos möchte ich ein bisschen aufräumen, der Glaube herrscht, es wäre nur ein Goldverbot möglich. Und diesem Mythos möchte ich etwas entgegenwirken, denn tatsächlicherweise habe ich ein bisschen recherchiert, naja, etwas genau recherchiert. Und dazu muss man sich das Grundgesetz ein bisschen anschauen, den sogenannten Artikel 14, Absatz 3, sowie den Artikel 15 des Grundgesetzes. Könnt ihr gerne durchlesen, sehr spannend, denn genau diese zwei Artikel, liebe Freunde, eröffnet nämlich für die Regierung sehr tiefgreifende Möglichkeiten. Es wird immer ganz gern gesagt, Silber zu verbieten wäre schwer. Tatsächlicherweise ist es aber so, dass es in diesen beiden Artikeln so geregelt ist, dass man gewissermaßen alles, alles enteignen kann, solange es einem höheren sozialen, öffentlichen Wohl dient. Ich formuliere es mal so, ja. Das heißt im Grunde genommen, wenn der Staat sagen würde, okay, ich brauche dieses Gold oder dieses Silber oder was ihr auch immer für Sachwerte habt, um damit meine Schulden abdecken zu können, um damit dem Allgemeinwohl, also meinen Bürgern, ja, ein Gemeinwohl beziehungsweise gerecht werden zu können, weiterhin die Aufgabe meines Staates wahrnehmen zu können, muss sich das entziehen. Dann, unter diesem Aspekt, kann er das auch jederzeit machen. Passiert auch tagtäglich. Jetzt nicht unbedingt, was die Edelmetalle betrifft, sondern zum Beispiel in anderen Rahmen nutzt man diese Möglichkeit dieser zwei Artikel ganz gerne, hauptsächlich Artikel 14. Artikel 15 ist so in der Form, da komme ich aber später noch darauf, noch nicht angewendet worden, zumindest so, wie ich das jetzt recherchieren konnte. Artikel 14, Absatz 3 etc., aber schon. Und zwar wird das ganz gerne genutzt, um zum Beispiel Grundstücke zum Enteignen, ja. Wenn zum Beispiel die Regierung geschließt, sie baut eine Bundesstraße von links nach rechts und genau in der Mitte dieser Bundesstraße ist zum Beispiel euer Grundstück, ja. Man kann die Regierung dieses Grundstück enteignen, natürlich gegen eine Entschädigung, allerdings steht auch dort wieder drin, gegen den aktuellen, beziehungsweise angemessenen Zeitwert, ja. Zeitwert, was auch immer das bedeuten mag, kann sie hergehen und dieses Grundstück enteignen. Und das tut sie auch, weil sie baut jetzt diese Straße und diese Straße dient einem höheren Gemeinwohl. Eben den anderen Bürgern, die zum Beispiel die Arbeit müssen für Krankentransporte, Polizei etc. und so weiter. Hat also ein höheres Gemeinwohl, gewissermaßen ein höheres Ziel, so gesehen, ja. Dann kann sie das machen. Macht sie auch in anderen Sparten, zum Beispiel Grundstücke oder auch Häuser und Wohnungen, ja, werden enteignet. Wenn es zum Beispiel, ja, es kam zum Beispiel, so wie ich das jetzt recherchiert habe auch vor, dass zum Beispiel sogar Grundstücke und Häuser enteignet wurden aufgrund von neuen Erschließungen, was zum Beispiel Elektrizität betrifft, ja. Dann hat man diese Grundstücke enteignet, um dort zum Beispiel Kohlekraftwerke bauen zu können, weil es, Elektrizität dient ja einen höheren Gemeinwohl. So, ja. Auch das gibt es. Und tatsächlicherweise ist es auch so, dass, wenn die Bahn eine Strecke baut und euer Grundstück ist im Weg, wird auch das enteignet, weil die Bahn dient einem höheren Gemeinwohl. Also jetzt zurück zum Thema, könnte die Regierung beschließen, Gold und Silber zu verbieten? Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so einfach wäre. Könnte sie aber Gold und Silber enteignen? Ja, das kann sie und zwar relativ einfach. Ich bin da sehr erstaunt, wie oft, naja, wie soll ich sagen, wie genau definiert das in Artikel 14 und Artikel 15 doch dann drinsteht, sodass man auf die Idee kommen könnte, ich sage es jetzt salopp, man auf die Idee kommen könnte, dass man eine Geißel ist gewissermaßen, dass man irgendwie ein Knecht ist. Ich sage es mal so, ja. Man könnte auf die Idee kommen, dass das so ist. Natürlich, ihr wisst es ja, man darf nicht hetzen, etc. und so weiter. Aber es steht schon sehr genau ausdefiniert in diesen zwei Artikeln, wann der Staat sämtliche Sachen enteignen kann und wann nicht. Und tatsächlich ist es auch so, genau ausdefiniert, was überhaupt Besitz ist, ja. Und in dieser Definition von Artikel 14, was Eigentum ist, Eigentum verpflichtet, so gesehen steht es auch drin, also Eigentum verpflichtet, auch einem höheren Gemeinwohl zu dienen, das steht so drin, könnte man auch auf die Idee kommen, zu sagen, dass eben genau diese Dinge mit Absicht genauso ausdefiniert sind. Insofern ist es erschreckend zu lesen, dass das so drinsteht in Artikel 14. Und Artikel 15 ist zwar in der Form noch nicht angewendet worden, geht aber sogar noch tiefer in die Materie, indem er gewissermaßen dem Staat erlaubt, sogar ganze Firmen zu vergesellschaften beziehungsweise zu enteignen. Auch das geht, also rein theoretisch könnte die Regierung entsergehen und sagen, BMW baut nicht mehr zeitgemäß Fahrzeuge. Wir müssen diese Fahrzeuge einem höheren Allgemeinwohl dienen, ja, also das muss einem höheren Gemeinwohl dienen, das muss wirtschaftlicher sein, etc. und so weiter, wir enteignen BMW. Krass ausgedrückt. Rein theoretisch würde das gehen, laut Artikel 15, ja. Also das nur mal so als Beispiel, was der Staat in Wirklichkeit auch kann, wenn es darauf ankommt. Inwiefern kann man sich jetzt mit seinen Edelmetallen, ich sag mal, vor solchen offiziellen Enteignungsgeschichten, ja, davor schützen, kann man damit umgehen, indem man sie offiziell nicht besitzt. Ist klar, ja. Und das, ich sag jetzt das ganz bewusst so, weil dann, wenn man jetzt diese zwei Artikel mal gelesen hat, dann wird einem irgendwie auch bewusst und klar, warum ausgerechnet eben diese Tafelgeschäfte auch so dermaßen reduziert werden ab 2020, ja. Ihr wisst es ja, von 10.000 auf 2.000 Euro heruntergesetzt ist, jetzt könnte man sagen, der ein oder andere, ja, was ist denn, du kannst dich jeden Tag 2.000 Euro ausgeben, ja. Ist doch kein Act. Und, ja, mein Gott, dann habe ich in der Woche auch meine 10.000, 15.000 zusammen, ganz schnell, ja. Trotzdem muss man dazu bedenken, dass man kein einziges Goldstück anonym mehr kaufen kann, was über die 2.000 Euro Grenze hinausgeht. Das heißt, einen 100-Gramm-Baren, Goldbarren, könnt ihr direkt vergessen, weil der geht schon über die 2.000 Euro Grenze hinaus. Das ist so als Beispiel. Also ist man schon gezwungen, auf kleinere Stückelungen zurückzugreifen. Das ist für größere Investitionen dann wieder schwierig, ja. Das ist so als Beispiel. Ich weiß schon, ich sag schon wieder ganz viel Wörter. Ja, das ist aber auch der Grund, warum es da so einen großen Aufruf gab, von vielen aus der Community und auch aus der Gold- und Silber-Szene, was die ganzen Tafelgeschäfte betrifft. Aber noch einmal, da wird einem halt auch klar, warum und wieso, ja. Denn es ist im Grundgesetz so gesehen genau ausdefiniert, wann der Staat in den Besitz eines anderen eingreifen kann. Und es steht sowieso in Artikel 14 ja auch so drin, Eigentum verpflichtet, auch unter anderem einem höheren Gemeinwohl zu dienen. Das steht so drin. Muss man erst mal so stehen lassen dann, ja. Man muss aber auch dazu erwähnen, und das ist mir ganz wichtig, liebe Freunde, dass man dieses Thema Gold und Silber auch versteht. Das ist nämlich auch so ein Punkt, was leider oftmals missverstanden wird, in dem immer noch der Glaube herrscht, Gold und Silber ist nur etwas für diesen gut betuchten und für diesen ultimativen, reichen Menschen, ja. Und das ist eben nicht der Fall, liebe Freunde, das ist nicht der Fall. Es gibt ein schönes Zitat, wobei ich der Meinung bin, dass ich diesen Satz ja vor langer Zeit schon vorher gesagt habe, spielt aber keine Rolle, wem ich jetzt meine. Ich sage einfach mal, Gold macht nicht ultimativ reich, sondern schützt vor Armut, ja. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, weil es in eine Inflation vorgreift. Also es kann keine Inflation aus Gold entstehen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, okay, aber Gold wird ja auch abgebaut. Also eine gewisse Inflation ist ja da, weil Gold sich ja zwar nicht schnell, aber stetig und sehr langsam vermehrt. Mag soweit stimmen, dass Gold immer noch gefördert wird. Allerdings, und das muss man in der Relation zu der aktuellen Menschheit, ähm, zu dem aktuellen, zu der aktuellen Menschheitswachst, also zum Menschheitswachstum betrachten, meine Güte, heute wieder. Ähm, dann wird man feststellen, dass sich Gold in Wirklichkeit nicht vermehrt. Ich sage das ganz bewusst, liebe Freunde. Das ist, man muss versuchen, das zu verstehen, ja. Weil immer Menschen glauben, Silber vermehrt sich, wird abgebaut, Gold vermehrt sich, wird abgebaut, Silber wird eingelagert in hohen Mengen, weil man schon weiß, dass Silber irgendwann knapp wird, etc. und so weiter. Also es ist ja eine gewisse Inflation auch bei Gold und Silber da. Nein, liebe Freunde, eben nicht. Das ist genau der Punkt, den man verstehen muss, wie ich finde. Weil, noch einmal, ähm, die Menschheit wächst trotzdem weiter. In den 60er Jahren, von den 60er Jahren bis jetzt, circa, glaube ich, um mich zu erinnern, hat sich die Menschheit verdoppelt von 3,2 auf über 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Aktuell. Tendenz stark steigen, liebe Freunde. Und jeder von diesen Menschen hat ein Bedürfnis zu leben. Jeder von diesen Menschen hat ein Bedürfnis, ähm, sein Leben auszukosten, sei es in der Form von einem Fahrzeug, wo Silber verbaut ist, sei es in der Form von einem PC, ähm, was die ganze Digitalisierungsgeschichte betrifft, wo wiederum Platinen verbaut sind, die mit Gold überzogen sind, et cetera, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Es ist eine ewig lange Liste, ja. Und diese, diese Verbrauchsgesellschaft, diese Konsumgesellschaft steigert sich. Die wird nicht weniger, sondern die steigert sich. Es ist ja jetzt schon, ähm, so für alle diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben oder nur am Rande mal gehört haben, diesen sogenannten Welterschöpfungstag, ja, gerne mal danach googeln, der verlegt sich, ähm, stetig nach vorne im Jahr, ja, also von Dezember, dann auf November, und so weiter, ja, immer so zurückgerechnet. Der verlegt sich, verlegt sich immer nach vorne, von Jahr zu Jahr. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist die Welt bereits, die Ressourcen der Welt bereits schon erschöpft, ja. Und das ist aufgrund der Tatsache so, weil die Menschen eben so ein großes Bedürfnis an Konsum haben. So. Und das ist bei Gold und Silber nichts anderes, liebe Freunde. Demnach ist es in Wirklichkeit sogar so, das behaupte ich jetzt einfach mal, salopp, dass Gold sich tatsächlicherweise, obwohl sich die Menge vermehrt, langsam aber stetig, in Wirklichkeit verringert, weil es in viel mehr Konsumgesellschaften bzw. in viel mehr Haushalten verschwindet, ja, und auch in viel mehr Firmen verschwindet, ja. Ähm, wie soll ich das anders vergleichen oder verdeutlichen? Im Jahr 2000 habt ihr zwei Häuser, ganz einfaches Beispiel, ja, und, äh, vier Goldstücke. Und jeder von diesen zwei Häusern hat einen Goldbedarf, also teilen sie sich diese Goldstücke auf, ne. Dann hat jeder zwei Goldstücke. Im Jahr 2002 sind es aber schon vier Häuser, aber immer noch die gleichen Goldstücke. Oder meinetwegen, ähm, zwei Goldstücke mehr, ja. Und so weiter, und so weiter. Nur die Hausanzahl, also es sind dann nicht nur vier, sondern irgendwann es sind fünf, sechs, sieben, acht, die wächst viel, viel schneller, wie man das Gold abbauen kann. Das ist, ähm, im Prinzip das, was ich aussagen will, dass, äh, der Bedarf an Edelmetalle, und das ist so, dass, äh, ca. 80% des ganzen Goldbedarfs auf der Welt, die durch die Schmuckindustrie bestimmt wird, eben verschwinden wird. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, abonnieren und kommentieren. Eure Meinungen sind wie immer dazu gefragt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zuschauen. Ciao.